Diese Meditation enthält Fragmente aus der klassischen Hypnose. Wusstest Du, dass man mit echter Hypnose auch abnehmen kann? Auf ralflederer.com findest Du weitere Informationen dazu. Herzlich Willkommen zur Meditation für Tag und Nacht. Mein Name ist Ralf Lederer und ich begleite Dich auf Deiner Reise in Dein Inneres. Bitte sorge dafür, dass Du von nun an nicht mehr gestört wirst. Und suche Dir eine Position, die angenehm für Dich ist. Du kannst Dich auch während dieser Meditation jederzeit bewegen und Deine Position ändern. Bevor Du Deine Augen schließt, fokussiere bitte jetzt einen Punkt über Dir an der Decke. Schaue nur auf diesen einen Punkt. Nichts anderes ist mir wichtig. Du konzentrierst Dich nur auf diesen einen Punkt und auf meine Stimme. Und gleich, wenn ich es Dir sage, schließt Du Deine Augen und lässt los und entspannst mehr und mehr. Du schaust nur auf diesen einen Punkt und schließt jetzt Deine Augen. Du sinkst tiefer in die Entspannung, lässt immer mehr los. Einfach loslassen, geschehen lassen, wirken lassen. Lasse Deinen Körper locker in die Unterlage einsinken, auf der Du liegst und lockerst alle Muskelgruppen in den Schultern, im Rücken, im Becken und in den Beinen. Du atmest ruhig, tief und gleichmäßig und lässt Deine Gedanken kommen und wieder gehen. Du atmest ruhig, tief und gleichmäßig und lässt Deine Gedanken und Emotionen Bewertungslos ziehen Deine Gedanken wie Wolken an Dir vorbei. Und mit jedem Atemzug singst Du tiefer und tiefer in die Entspannung. Nichts ist jetzt noch wichtig außer meine Stimme, diese Melodie im Hintergrund und Deine Entspannung und Dein Wohlgefühl. Es gibt jetzt nichts mehr für Dich zu tun. Du lässt einfach los, hörst meiner Stimme zu und hüllst Dich in Geborgenheit, vorbereitend auf einen angenehmen Schlaf. Deine Bettdecke umhüllt Dich sanft, wie eine Umarmung der Liebe selbst. Dein Kopf wird gestützt von dem Kissen, auf dem Du liegst, welches wie zwei Hände Deinen Kopf trägt, die dazu da sind, Dich und Deine Last zu tragen. Jedes Mal, wenn Du ausatmest, atmest Du jegliche Anspannung aus, lässt Dich mehr und mehr von dieser warmen Decke umhüllen und Du entspannst und fühlst Dich wohl und sinkst tiefer und noch tiefer in die Entspannung, sodass Du Dein bewusstes Denken abgeben kannst an jene Instanz, die immer da ist, die Dich atmen lässt, die Dich fühlen lässt. An jene Instanz, die alles automatisch für Dich tut, auch wenn Du nicht darüber nachdenken musst, so wie wenn Du atmest. Diese Instanz ist so machtvoll und kraftvoll, dass Du ihr vertrauen kannst und all Dein noch vorhandenes, bewusstes Denken an sie abgeben kannst, in dem Wissen, dass Du jetzt mehr und mehr entspannst. Jedes Geräusch, welches Du hörst, nimmst Du als Signal, noch tiefer störungsfrei zu entspannen. Gedanken ziehen an Dir vorbei und Du entwickelst mit Deinem Körper ein Gefühl von Schwere oder Leichtigkeit, ganz gleich wie Du es wahrnimmst. Du fühlst Dich geborgen und sicher. Du fühlst Dich wohler und wohler. Mit jedem Wort, das ich sage, singst Du mehr und mehr in das Gefühl der Entspannung. Je mehr Du entspannst, desto wohler fühlst Du Dich und je wohler Du Dich fühlst, umso mehr kannst Du loslassen. Geschehen lassen, wirken lassen. Nehme meine Worte tief in Dich auf. Das Tor zu Deinem Unterbewusstsein ist weit geöffnet, sodass alles, was ich sage, tief in dein Unterbewusstsein vordringt und, wenn es gut für Dich ist, ein Teil von Dir wird. Du wirst von nun an viel weniger leicht Störungen beim Einschlafen empfinden. Du wirst von nun an viel weniger leicht vor dem Einschlafen über Dinge nachdenken können, denn Du vertraust der Instanz in Dir, die da ist und nicht vergisst und sich um jene Dinge kümmert, von denen Du dachtest, dass Du bewusst vor dem Einschlafen an sie denken musst. Denn in Wirklichkeit ist es nicht notwendig, Dinge in Deinem Bewusstsein zu halten, denn Dein Bewusstsein vergisst, während Dein Unterbewusstsein nicht dich immer dann an etwas erinnert, wenn es notwendig ist, völlig von selbst, automatisch, von sich aus, aus sich selbst heraus. Vertraue Dir selbst. Vertraue der Instanz, die im Hintergrund über Dich wacht, die ihre Hände ausstreckt, auf denen Du liegst, die Dich umhüllen wie eine warme Decke, die Dich halten und Dich stützen, auch dann, wenn Du dachtest oder denkst, dass da nichts mehr ist. So bist Du immer umsorgt, wenn Du zurückkehrst in das Gefühl der Ruhe und Entspannung. So lässt Du auch jetzt weiterhin Deine Gedanken kommen und gehen. Emotionen kommen und gehen und jedes Wort und jeder Takt dieser Melodie, jedes Geräusch um Dich herum nimmst Du als Signal, jetzt noch mehr loszulassen, dich noch wohler zu fühlen, völlig bewertungsfrei, dich sinken zu lassen in das Gefühl der tiefen Entspannung Entspannung und Geborgenheit. Himmlische Klänge des Herzens von innen nach außen oder außen nach innen. Worte, die für das Bewusstsein keine Bedeutung haben oder verwirrend sind, wirken jetzt emotional auf einer völlig anderen Ebene, sodass Worte zu Schwingungen werden, die Dich immer ruhiger werden lassen, immer ruhiger entspannt, immer mehr loslassen, geschehen lassen, wirken lassen. Ich zähle gleich von 1 bis 3. Bei der Zahl 3 angekommen lässt Du Deine körperliche Entspannung zu Deiner geistigen Entspannung werden. Lässt Du ganz einfach Deine körperliche Entspannung zu Deiner geistigen Entspannung werden. Lässt Du dann immer mehr los und lässt Dich von dieser Melodie führen in einen tiefen und gesunden Schlaf. 1. 1. Tiefe entspannt. 2. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 5. 5. 5. 6. Mit jedem Takt dieser Melodie lässt Du mehr und mehr los und Du fühlst Dich wohler und wohler, je tiefer Du entspannst. Je tiefer Du entspannst. 7. 6. 5. 7. 6. 11. 12. 13. 16. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020